Das war's für heute. Yeah! 29. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 7. 7. 7. 7. 5. 1. 4. 5. 9. 10. 11. 15. Ich steh' mitten im Blick und es ist ein Schritt nach vorne, du, dass du es bekommst. Das hier ist Zeit, ich hab's einmal zu lang, die denn scheiß. Und es geht weiter, in die richtige Richtung der German Music-Trap. Ich steh' mitten im Blick und es ist ein zweites Album, nur so gleich. Nummer eins, die Nummer eins in jeder Playlist, die jetzt Sonne, ein Scheiß. Fass mich schon an vier, durch Klo und ich beachte die zwei, drei Stunden schlafen. Oh, scheiße, was mach ich? Ich lass' es einfach sein und mach jetzt weiter. Ich muss aufnehmen, macht aufstehen. Nein, ich kann nicht schlafen, wenn ich so ausgeh. Ich lauf' jeden Tag gegen den Sturm, der Gedanke in meinem Innern, lass' sie reden. Denn ich muss meinem Mann stehen, das kann leben. Ach, das wird schon so klappen und kein Papal warten, um zu schlafen. Kann doch kein Klassverhalten, sonst verdreht mir dieser Triebens noch die allerletzte Sprung, die ich hab. Hab' es jetzt auch mehrfach schon gesagt, kann mir anders nicht mehr helfen. Auf der Suche nach mir selbst in dieses unbankbare Leben. Zeig' mir nur, dass ich kein Held bin, nur ich selbst bin. Man muss es endlich akzeptieren und mit Leben, das im Leben dann zu proben, nur variieren. Doch ich schreib' drüber Zeitsliebe, was mich entstört. Dass ich am Ende steh', die Grenze seh', doch Mann, mich schütter. Und es geht weiter in die richtige Richtung. Der German Musicchip bestartet und steht mit nem Blick. Und es ist das zweite Album, nur zugleich Nummer eins. Die Nummer eins in jeder Pelle ist die Ressonne in der Scheiße. Und das hier geht weiter in die richtige Richtung. Der German Musicchip bestartet und steht mit nem Blick. Und es ist ein Schritt nach vorne, nur, dass du es begreifst. Das hier zeigt Herz, aber dazu lad dir den Scheiß. Und es geht weiter in die richtige Richtung. Der German Musicchip bestartet und steht mit nem Blick. Und es ist das zweite Album, nur, dass du es begreifst. Das hier zeigt Herz, aber dazu lad dir den Scheiß. Das hier ist hier www.g-musics.de Chimera Das Album von Bad Raus, ladet es euch auf jeden Fall. Und schreibt drüber irgendwie. Ja, die Leute haben die Scherz schon an. Die Leute haben die Scherz schon an. Meine Lieber. Mach's vor.